Hallo und Grüezi miteinander! Leute, es ist so heiß. Ich war arbeiten, ich habe geschwitzt wie eine Sau. Darf man das so sagen? Ich sage es mir, ist egal. Und dann während der Autofahrt hat mein Auge getränt. Und während dem Autofahren und die Augen tränen, da gibt es nichts anderes als Taschentuch. Und ich mache mir eine runde Panda-Augen. Und dann war ich hier und habe mir gedacht, ich möchte noch ein Video drehen. Dann habe ich mich mal abgeschminkt. Ich habe mir gedacht, aber nee, das wäre ja schade. Ich möchte gerne geschminkt ein Video drehen. Und habe mich jetzt kurz geschminkt für vielleicht die letzte halbe Stunde am Abend. Aber egal. Deshalb, wie wir uns treffen, ist, die Pinkbox ist angekommen. Und es sieht nach einem Special Design aus. Denn wir haben hier Badedamen. Ne? Wie soll ich sagen? Beachdamen. Und ich bin mal gespannt. Das heisst für mich eigentlich Sommer, Sommer, Sommer. Ob sich das die Pinkbox auch denkt? Werden wir schauen. Also. Ich mache die Schleife mal kurz auf. Gucke, ob ich die Kamera anhabe. Also. Was erzählen Sie? Summer Beauty Moment. Herrlich. Endlich ist der Sommer da. Und somit auch dein Summer Special Edition. Wenn das nicht ein Grund für freudige Luftsprünge ist. Diese Edition haben wir mit den Produkten vollgepackt, welche dich durch einen unvergesslichen Sommer begleiten. Deine Haut ist von der Sonne geschützt. Deine Haare sind perfekt gepflegt. Und das Haarstyling sitzt. Du duftest herrlich frisch. Und dein strahlendes Lächeln kannst du ebenfalls auspacken. In deinem neuen Sommerabenteuer. Gut. Duften Haare. Und so. Schauen wir mal. Ähm. Zuerst kommen wieder zwei Flyers sogar von Le Petit Machsee. Super Duschgel. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich irgendwas von Rausch. Ein Flyer. Und ich sehe schon. Ich zeige euch den Blick in die Box. Ich mache jetzt doch keine Luftsprünge mit dem, was ich sehe. Aber wir werden es gemeinsam anschauen. Das erste, was mir entgegenspringt, sind Alpine White Whitening Strips. Zahnpflaster, sage ich mal. Die hatte ich schon mal in einer anderen Verpackung, sage ich mal. Aber auch von der gleichen Marke. Und das sind wirklich so wie Pflaster, die man sich auf die Zähne geben kann. Und dann wird das aufgebleached. Ja. Ich lese mal vor. Komm. Wo bist du? Für schöne Zahnbleaching zu Hause. Die Strips sind einfach anzuwenden. Das stimmt. Hellen deine Zähne nachhaltig auf und schmecken angenehm nach Pfefferminze. Das stimmt auch. Für sichtbar weißere Zähne schon nach drei Tagen klinisch und zahnärztlich geprüft, schonend und klimafreundlich für dein schönstes Sommerlachen. Ich weiß nicht, Leute, es sind drei Stück darin. Ich bin Raucher, ich bin Kaffeetrinker. Ich glaube nicht, dass die Wunder versprechen. Ich glaube auch, ich habe es einmal eben mit der alten Verpackung ausprobiert. Mir war das aber einfach zu fummelig und zu eklig und ich fand es nicht toll. Ja. Was kostet das gute Teil überhaupt? Habe ich gar nicht gesagt. Drei Stück kosten 14.90 Franken. Ja. Für einen strahlenden Sommer. Das verspricht zumindest das Produkt. Das stimmt. Dann habe ich hier die. Habe ich schon gesehen, aber noch nie gekauft. Von Invisibobles. Haarklammen. Und ich bin glücklich, denn es ist in Braun. Eben kein Metall. Das ist so. Ich möchte jetzt gleich mal eine rausnehmen und die anfassen. Okay. Sie sind richtig, sie fühlen sich richtig nach Plastik an, Leute. Ich habe mir das jetzt irgendwie, keine Ahnung weshalb, einfach anders vorgestellt. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich öffne mal mein Haar. Ich möchte das jetzt testen. Schaut meine Frise jetzt nicht so genau an. Okay. So sieht das aus. Das versuchen wir mal. Ob das geht. Oder wie das geht. Okay. Und dann kann man das so einhängen. Schaut. Es hält hier vorne. Leute. Das Teil hält. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Fühlt sich gut an. Ähm, ähm, ja. Die dürfen bleiben. Der Hair Game Changer hinterlässt keine Abdrücke. Starker Halt, einfaches Entfernen, das einzigartige Design und das speziell entwickelte Material machen den Wave Plus wirklich außergewöhnlich. Der Wave Plus bietet eine komfortable, sanfte und wie die anderen Invisibobble-Produkte spurlose Alternative zu den üblichen Haarspangen und Nadeln. Der Wave Plus wird in Deutschland hergestellt. Das ist schön. Kostet 6.95 Franken. I'm like it. Das mache ich jetzt. Bin ich jetzt ehrlich? Klar, ich muss das mal so im Alltag testen. Ich meine, jetzt habe ich das blind gemacht mit euch vor der Kamera. Das ist nicht dasselbe wie vor dem Spiegel. Entschuldigung, wenn man sich eine schöne Friese machen will. Gut, es geht weiter. Ja, kann man brauchen. Haben wir aber zur Zeit in allen Boxen und ich kriege ständig Müssterchen über von meiner Mikro-Bestellung und ja. Ich habe hier ein Sonnenschutzfaktor 50. Face Fluid. Aufhellendes Antispott. Okay. Sehr hoher Schutz. Wasserfest, ohne Parfüm. Ideal bei Sonnenallergie. Ja, Leute. Das klingt gut. Ich bin nämlich so ein armes Ding. Das klingt gut. Und Ultrasam ist sehr teuer. Was kostest du? Also zuerst, ich lese mal vor. Fun in the Sun mit Ultrasam. Das Face Fluid Bright Anti-Pollution Sonnenschutzfaktor 50 ist sehr leicht, zieht schnell ein und fettet nicht. Es eignet sich für Personen mit empfindlicher Haut. Schützt vor UVA, UVB und IRA Strahlen. Es gibt immer mehr Strahlen, Leute. Dank Sulphora White wird die Haut ebenmässiger und Pollustopp schützt gegen Luftverschmutzung. Okay. 40 Milliliter. Das sind 40 Milliliter. Kosten 30. Ja. Ja. Nach meiner kleinen Probe Esther Lauder darf das gerne sich beweisen. Dann habe ich hier jetzt, wie gesagt, darum sind die Flyer mit dabei. Äh, von Le Beauty Bach Sale. Und zwar Wildberry. Ich versuche mal daran zu riechen. Mich riecht zur Zeit nicht so viel Heuschnupfen und so. Es riecht recht süßlich. Ich muss mal schauen, ob ich das schon im Backup habe. Dann mir überlegen, ob ich wirklich ein zweites behalten möchte. Denn ich finde eigentlich, es ist nicht ganz mein persönlicher Favorite. Mal schauen. Ähm, was schreiben Sie dazu? La Petite Mercelle. Ähm, so duftet der Sommer. La Petite Mercelle hat im Südfrankreich wilde Blaubeeren für sein energetisches Duschkehl aus kontrolliertem biologischem Anbau gepflückt. Die biozertifizierte Duschlinie ist sanft zur Haut und Umwelt. 98% der Inhaltsstoffe sind natürlich im Ursprungs. Die Formel ist zu 99% biologisch abbaubar, pH-neutral und dermatologisch getestet. Ja, guck da. Ne? Ja. Dann kommen wir jetzt schon zum letzten Produkt. Und ähm, das ist wie gesagt von Rausch. Das sieht jetzt gerade so speziell aus. Seht ihr das? Die Flüssigkeit. Äh, ein Nähr-Shampoo. Ich hatte von Rausch ein Silbershampoo mal aus der Abo-Box, auch so ein kleines Ding. Und habe mir gedacht, naja, das ist doch egal. Ich habe ja ein paar einzelne silberne Fäden in meinem Haar drin. Und es war trotzdem sehr gut. Darum bin ich jetzt sehr gespannt, wie dieses ist. Ähm, das sind 40ml, kostet 3 Franken. Auch das ist ein stolzer Preis. Äh, nach der Badi. Reparierende Pflege ist angesagt. Das Weizenkeim-Nähr-Shampoo repariert sonnenstrapaziertes Haar. Und stellt das Feuchtigkeitsgleichgewicht wieder her. Mehr Drückstände von Salz, Samt und Chlor werden sanft entfernt. Das Haar wird geschmeidig und glänzend. Sommerlich duftend. Mit wertvollen Extrakten aus Weizenkeimen, Biosonnenblüten, Aloe Vera und Zinktraum. Duftet gut. Wollen wir mal riechen? Wollen wir mal riechen? Nein. Ich rieche mal daran. Kann ich sagen, nach was es duftet? Es duftet aber nicht schlecht. Ja, das teste ich gerne. So, Leute. Das war's schon mit der Pinkbox. Also, ich persönlich finde, sie haben das Motto wirklich sehr, 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 sehr betroffen. Wie gesagt, Hitze, Sommer, Beach. Für mich ist jetzt eigentlich wirklich das einzige Flop-Produkt ist diese Whitening Strips, Strings. Weiß ich nicht was. Weiß ich mir nicht gefallen. Also, die werde ich ganz sicher aussortieren. Das werde ich jetzt einfach mal behalten für dieses Jahr oder nächstes Jahr. Muss man schauen, auch wie lange es haltbar ist, ne? Das ist ja auch immer so eine Frage. Aber Ultrasun ist eine tolle Marke, wirklich. Ich finde sie extrem teuer. Gefällt mir. Die Invisibobbles. Das hält immer noch, ne? Und fühlt sich nicht schlecht an. Also, ich muss das mal probieren. Ich hatte doch vorhin so ein Rossschwanz. Und ich habe doch hier die kurzen Haare. Die mögen nicht in mein Haargummi rein. Vielleicht kann ich es hochmachen mit dem. Klasse. La Petite Marcel. Ich mag es. Ich muss jetzt einfach sagen, ich finde das immer wieder in der Pinkbox. La Petite Marcel. Ja, es könnte wieder mal abwechslungsreicher sein. Und das Rausch. Muss getestet werden. Aber Rausch ist eine tolle Marke. Deshalb. Mir gefällt sie. Und ich finde sie sehr passend. Der Motto. Und, ähm, ja. Jetzt ist der Sommer eingezogen. Was kommt wohl im August? Pausenzeit oder Reisezeit wäre noch was, ne? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Leute. Das war's. Ich wünsche euch und sage wie immer. Ihr könnt mich alle abonnieren, ne? Und ein Daumen nach oben. Und ein Kommentar. Und so weiter und so fort. Aber ihr kennt das ja. Muss ich ja nicht erwähnen. Ihr könnt. Ihr müsst aber nichts. Auf alle Fälle. Ich wollte sagen. Ich sage ganz einfach. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.